Bei Gaskrise und angeblichen Wasserstoffdurchbrüchen kann man sich ja schon fragen, ob SpaceX beim Starship mit Methan aufs völlig falsche Pferd gesetzt hat. War Methalogs eine Fehlentscheidung? Wir schauen uns heute mal an, was man mit dem SpaceX Starship anstellen kann, wenn man es mit anderen Treibstoffen füllen würde. Spoiler, die Auswirkungen sind dramatisch, dazu aber gleich mehr. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Wenn man sich die Raketen der Welt anschaut, dann ist es ja schon überraschend, dass es aktuell so viele unterschiedliche Treibstoffarten in Verwendung gibt, oder? Zurzeit am meisten verbreitet RP-1 mit Sauerstoff, wie er zum Beispiel Falcon 9, Zoeus und Elektron antreibt, Hydrazin-basierte Hypergole bei den meisten chinesischen Raketen und bei der russischen Proton, während das SLS, die Ariane 6 und Japan auf Wasserstoff und Feststoff setzt. Die Hypergolen-Hydrazin-basierten Raketen, die lassen wir heute mal außen vor. Die sind teuer, giftig und verglichen mit Kryogenen, also tiefkalten Treibstoffen, auch nicht sehr leistungsstark. Deswegen wir uns hier heute auf die Kryogenen-Treibstoffe konzentrieren. Auch Kryogen, die Kombination Methan und Sauerstoff. Als ich das Skript geschrieben habe, gab es noch keine Methalogs-Rakete, die erfolgreich ein Orbit erreicht hatte. Das hat sich mittlerweile geändert. Am 12. Juli wurde Raumfahrtgeschichte geschrieben, als das chinesische Raketen-Startup Landspace mit seiner Methan-gefeuerten Suke 2 als erste einen Orbit erreicht hat. Die Suke 2, die kommt zu einer ganzen Reihe anderer Methalogs-Raketen zuvor, darunter Starship von SpaceX, Vulcan von ULA, New Glenn von Blue Origin, Neutron von Rocket Lab und Terran R von Relativity Space. Ja, welche der vorgestellten Kryogen-Kombinationen am besten ist, das finden wir heute heraus. Okay, fangen wir an. Ich erzähle dir vermutlich nichts Neues, wenn ich dir sage, dass Orbital-Raketen häufig zu 90% aus Treibstoff bestehen. Hier wunderbar visualisiert durch Chris von Schiffersoft, der übrigens auch die 3D-Missionspatche hinter mir im Studio gemacht hat. Auch wenn das Rendering es schon verrät, beim SpaceX Starship, wie bei jeder Orbital-Rakete macht, die nutzt das nur einen ganz kleinen Prozentsatz des Gewichts beim Start aus. Bei den Berechnungen und wie man sie am besten visualisiert, hatte ich auch Hilfe. Wie bei jedem meiner richtig technischen Videos hat Ineas hier wieder Excel per Turbopumpe mit Daten gefüttert. Das Starship von SpaceX dient uns heute wegen seiner Popularität als Basis. Die Physik gilt aber natürlich auch für alle anderen Raketen. Physik und Energiegehalt, das ist das Stichwort. Raketen nutzen chemische Energie, um daraus letztendlich kinetische Energie zu machen. Das heißt, wenn wir uns auf den Zweck von Treibstoff konzentrieren, nämlich die Energie bereitzustellen, sollten wir herausfinden können, welcher Treibstoff nun der beste ist. Wenn wir uns einfach den Energiegehalt der vier Brennstoffe Wasserstoff, Methan, Propan und RP-1 ansehen, dann ist der Heizwert von Wasserstoff natürlich ziemlich eindeutig. Okay, kurzes Video, tschüss und immer schön senkrecht bleiben. Moment, zum Verbrennen brauchen wir ja einen Oxidationspartner. Das ist für alle Kryogen-Raketen flüssiger Sauerstoff, der dann eben auch im jeweiligen Verhältnis mittransportiert werden muss. Ja klar, man könnte auch Fluor nehmen, wenn man die Umwelt wirklich richtig hasst, daher lassen wir das lieber. Wenn wir das Mitführen des Sauerstoffs jetzt mit berücksichtigen, dann wird aus dem 2,6 Mal so viel Energie pro Kilogramm für den Wasserstoff nur noch etwa 1,8 Mal so viel Energie im Vergleich zu den Wettbewerbern. Weil der für eine Verbrennung benötigte Sauerstoff für alle betrachteten Kombinationen den größten Masseanteil ausmacht, hat man sich in der Raumfahrt übrigens einige Tricks ausgedacht. So kam man in der Sowjetunion auf die Idee, den Sauerstoff noch einmal deutlich kälter zu machen, als eigentlich für die Verflüssigung notwendig wäre. Dadurch bekommen wir dann mehr davon in die Rakete. Ein Trick, der auch von SpaceX bei der Falcon 9 kopiert wurde. Ein anderer Trick, bei der Ariane 5 zum Beispiel hat man dagegen nachträglich den Wasserstofftank zugunsten des Sauerstofftanks kleiner gemacht. Für einen optimalen spezifischen Impuls wäre mehr Wasserstoff eigentlich besser, aber das Gemisch etwas weniger fett zu machen, macht aus zwei Gründen Sinn. Die Dichte des Gemischs nimmt so stärker zu, als man an spezifischen Impuls verliert. Das Mehr an Treibstoff, was man so in die Stufe packen kann, bringt also unter dem Strich mehr Leistung. Darüber hinaus sorgt die geringe Dichte des Wasserstoffs dafür, dass man sehr leistungsstarke Turbopumpen braucht. Diese interessieren sich nämlich nicht dafür, welche Massenstrom ich befördere, sondern was für ein Volumenstrom ich fördern muss. Wenn man nun weniger Leistung für den Wasserstofftransport braucht, kann man diese Leistung der Sauerstoffpumpe geben, was deutlich mehr Treibstoff in der Brennkammer bedeutet und damit mehr Schub. Und mehr Schub reduziert dann die Gravitationsverluste. Aber ich drifte ab. Das deutsche Raketenstartup Isar Aerospace hingegen nutzt den sehr niedrigen Schmelzpunkt von Propan, um beide Stoffe, also den Sauerstoff und das Propan, bei der gleichen Temperatur flüssig in der Rakete zu verwenden. Das bringt natürlich gleich eine ganze Reihe von Vorteilen mit sich. Dazu aber später mehr. Obwohl Raumfahrt extrem gewichtssensitiv ist, scheint Gewicht bei Treibstoff nicht der wichtigste Faktor zu sein. Sonst würde man sich bei SpaceX und Ariane ja nicht darüber freuen, wenn wir mit dem Mehr an Sauerstoff auch mehr Gewichten in die Rakete packen. Aber lass uns das mit den vier Treibstoffen Wasserstoff, Methan, Propan und RP-1 einmal anhand vom Starship durchspielen. Auch wenn die Änderung des Treibstoffes natürlich einen ganzen Rattenschwanz an Änderungen nach sich ziehen würde, kann man also nicht so ganz einfach machen. Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, betrachten wir zunächst einmal nur den Super Heavy Booster, also die erste Stufe der Starship-Rakete von SpaceX. Wie wir ja eben schon gesehen haben, befindet sich ja der meiste Treibstoff in der ersten Stufe der Rakete. Fangen wir mit flüssigem Methan und Sauerstoff an, also der Kombination, die SpaceX aktuell geplant hat. Damit wir das auch für die anderen Treibstoffe machen können, lasst uns jetzt einfach mal davon ausgehen, dass man das trennende Tankshot, den sogenannten Tankdome, einfach verschieben kann. So können wir dann die unterschiedlichen Verhältnisse von Brennstoff und Oxidator unterbringen. Das geht beim Wasserstoff übrigens nicht so einfach. Den muss man ja zwingend gegen den viel wärmeren Sauerstoff isolieren, wenn ich nicht große Mengen auf der Startdampbe oder auch im Flug abdampfen lasse. Was natürlich Verschwendung ist, wenn es nicht durch das Triebwerk ausgestoßen wird. Hier spielt die Treibstoffkombination flüssiges Propan und flüssiger Sauerstoff voll ihre Vorteile aus. Es ist die einzige kryogene Kombination aus Brennstoff und Oxidator, die ich im Rahmen von etwa 5 Grad im gleichen Aggregatszustand vorliegen habe. Methan und Sauerstoff verpassen sich hier knapp, was trotzdem etwas hilfreicher ist als bei Wasserstoff und Sauerstoff. Der Wasserstoff, der ist so kalt, dass der Sauerstoff dann fest wäre wie Eis am Stiel. Das lässt sich dann bekanntlich nicht sehr gut pumpen. Wie wir an diesem Graphen sehen, ist die Sache mit dem gedanklich verschiebbaren Tankdom zwingend notwendig. Während bei allen Kombinationen der Sauerstoff dominiert, nimmt in der Hydrolox-Kombination der Wasserstoff den größten Raum ein. Wenn wir Wasserstoff und RP-1 mit den jeweiligen Sauerstoffverhältnissen vergleichen, dann dreht sich das Volumenverhältnis sogar beinahe um. Und obwohl der Wasserstoff so viel Volumen einnimmt, zeigt der nächste Graph, dass der Sauerstoff trotzdem das dominierende Gewicht ist. Da in den drei anderen Fällen der Sauerstoff auch mehr Volumen eingenommen hatte, überrascht die Gewichtsverteilung hier weniger. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, auf den ich mit diesem Video hinaus möchte. Wegen der geringen Dichte des Wasserstoffs bekomme ich auch nur einen Bruchteil davon in meine Rakete rein. Und weniger Brennstoff, das heißt auch weniger Energie. Auch wenn für die Raketenstruktur und die Nutzlast fast immer das Gewicht an erster Stelle steht, bei der schieren Menge an Treibstoff, den wir für eine Rakete brauchen, ist das Volumen mindestens ebenso wichtig. Weil es die Größe der Rakete maßgeblich skaliert und daher dann auch das Strukturgewicht beeinflusst. Allerdings vereinfachen wir hier ein wenig. Mit doppeltem Volumen verdoppelt sich nicht das Gewicht von Triebwerken und Tank. Und die Avionik, also das Gehirn der Rakete, wird ja auch nicht größer. Aufwendiger zu fertigen ist es natürlich trotzdem. Wenn wir nun unsere Werte vom Anfang für den Energiegehalt der unterschiedlichen Treibstoffkombinationen anwenden, ja, da sieht die Raketenwelt plötzlich komplett anders aus. Das ist so wichtig, dass ich das hier nochmal besonders betone. Durch die großen Unterschiede bei der Dichte bekomme ich bei gegebenen Volumen je nach Treibstoff unterschiedlich viel Energie in die Rakete. Und da mich das Gewicht der Startinfrastruktur nicht wirklich interessiert, beziehungsweise ich sie ja easy wiederverwenden kann, wenn ich sie nicht gerade steinige, 420. Macht es durchaus Sinn, wenn ich die Treibstoffe noch dichter packe, also unter Kühle. Wenn wir jetzt maximal abkühlen, sodass die Flüssigkeiten beinahe fest werden, kann ich natürlich nochmal etwas mehr Energiegehalt aus dem gegebenen Volumen kitzeln. Wie sich das auswirkt, sehen wir an diesem Graphen, der das Gewicht der jeweiligen Stoffkombinationen im gleichen Gesamtvolumen an Siedepunkt und am Gefrierpunkt visualisiert. Während sich das beim Wasserstoff, der ja schon sehr kalt vorliegt, nur für den Sauerstoff wirklich lohnt, ist der Unterschied beim Propan am auffälligsten. Jetzt interessiert uns natürlich nicht nur, wie viel potenzielle chemische Energie wir mit dem Treibstoff in die Rakete hineinbekommen. Ich muss sie ja auch in Schub umsetzen. Und die Treibstoffe müssen sowohl in den Tanks als auch im Abgas beschleunigt werden. Beim Thema spezifischer Impuls spielt tatsächlich unabhängig vom Energiegehalt dann auch die Abgaszusammensetzung mit rein. Dazu gern mein Video über spezifischen Impuls und das RL10 schauen. Bevor wir auflösen, welcher Treibstoff für das Starship am besten ist, wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat, gern dem Video einen Daumen nach oben dalassen. Damit bringt ihr YouTube bei, was guter Content ist und sorgt dafür, dass meine Videos mehr Menschen vorgeschlagen werden. Okay, wir hatten festgestellt, dass wir mit dem Tiefkühlen der Treibstoffe durch den Dichtegewinn deutlich mehr Masse in ein gegebenes Raketenvolumen hineinbekommen. Aber mehr Masse ist ja bekanntlich auch massereicher und dementsprechend müssen wir sie ja auch beschleunigen und zwar mit der vorhandenen Energie, die die Treibstoffkombination mittels Triebwerk liefert. Da wir RP-1 als Treibstoff nicht im Raptor verfeuern können, weil er die Einspritzung auf der Treibstoffseite durch unverbrannte Kohlenwasserstoffe verstopfen würde, schmeißen wir ihn hier raus. Das Zeug ist eh relativ teuer im Vergleich zu Methan oder Propan und wenn es keine Dinos am Mars gab, auch dort nicht verfügbar. Um die drei kryogenen Treibstoffe, Wasserstoff, Methan und Propan zu vergleichen, nehmen wir das aktuelle Starship-Design, das heißt Starship und Booster, nicht nur den Booster-Line wie bisher. Das heißt, das gegebene Tankvolumen wird mit dem jeweiligen Verhältnis der drei Treibstoffkombinationen aufgefüllt. Jedes Transportmittel ist nur so gut wie seine Transportleistung. Da schauen wir uns an, was die einzelnen Kombinationen an Nutzlast in den Orbit befördern können. Das ist natürlich nur ein Gedankenexperiment. Das Raptor ist ja auf Methalox, also Methan und Sauerstoff, optimiert. INEAS Modellierung basiert auf dem Brennkammerdruck und dem Expansionsverhältnis des Raptors. Damit kann man für die jeweiligen Treibstoffkombinationen ziemlich genau die für eine Rakete wichtigen Größen wie Schub und ISP abschätzen. Es sei der Vollständigkeit halber jedoch nochmal erwähnt, dass eine Turbopumpe für ein Wasserstofftriebwerk viel größer und dementsprechend schwerer ausfallen muss, eben weil die Dichte von Wasserstoff so gering ist. Bei Propan wäre die Pumpe dafür etwas kleiner und dementsprechend leichter. Für unsere Zwecke soll es aber genügen. An der Strukturmasse hätten wir ein ähnliches Bild. Wasserstoff muss zwingend von der Umgebung, aber auch vom Sauerstoff thermisch isoliert werden, weil wir sonst so viel abgasen müssten. Aber auch geschenkt, denn wie wir bei INEAS Rechnung sehen können, ist Propan so oder so der klare Sieger, wenn es um Nutzlast in den Orbit geht. Fast doppelt so viel Nutzlast wie mit Wasserstoff kann ein Propan-Starship befördern. Das ist doch schon allerhand. Bevor wir auch den Vergleich zum Methan ziehen, das sich auch dem Propan geschlagen geben muss, nochmal zum Wasserstoff. Wie kann es denn sein, dass Wasserstoff so schlecht ist? Der galt doch jahrzehntelang als Nonplusultra in der Raumfahrt. Wir haben uns hier ja immer den gesamten Stack angeschaut. In Oberstufen kann Wasserstoff durch seine hohe Energiedichte und seinen hohen spezifischen Impuls durchaus Sinn machen. Das wusste man auch schon zu Apollo-Zeiten, weswegen meine Lieblingsrakete, die Saturn V, in der ersten Stufe RP-1, aber in der zweiten und dritten Stufe dann Wasserstoff verwendet hat. Ob Wasserstoff in der Oberstufe die höhere Komplexität und die höheren Kosten wert ist, das muss dann jemand entscheiden, der im jeweiligen Programm drinnen steckt. Können wir jetzt nur schlecht. Ich ziehe hier mal die Ich-bin-nur-YouTuber-Karte. Interessanter als die Frage, warum Wasserstoff verhältnismäßig schlecht ist, finde ich dann die Frage, warum Propan so gut ist. So ist die flüssige Kombination von Propan und Sauerstoff beim volumenbezogenen Energiegehalt Methan und Wasserstoff ja deutlich überlegen. Das Geheimnis liegt im niedrigen Schmelzpunkt. Der niedrige Schmelzpunkt führt neben der Dichtererhöhung dann dazu, dass sich wie gesagt Propan und Sauerstoff bei der gleichen Temperatur in die Rakete füllen kann. So heißt nicht der eine Stoff den anderen, was zu Verlusten führen würde. Weiterer Vorteil von Propan sind die gute Verfügbarkeit und der im Vergleich zu hochraffinierten Produkten geringe Preis. Für das Handling und die Bevorratung ist es zusätzlich spannend, dass sich Propan bei 20 Grad Raumtemperatur schon bei etwas über 8 Bar flüssig halten kann. Ich brauche also keine große Tankfahren. In unserer heutigen Zeit auch sehr wichtig, während Methan 25 Mal so schädlich ist wie die gleiche Menge CO2, ist das Treibhausgaspotenzial von Propan mit 3,3 deutlich geringer als das von Methan. Klärt das meine steile These, die ich am Anfang des Videos aufgestellt habe? Ist Methalox als Treibstoffkombination eine Fehlentscheidung von SpaceX gewesen, wenn Propan offensichtlich in vielen Punkten überlegen ist? Nein, natürlich nicht. Es gibt gute Gründe, die für Methan sprechen. Auch wenn uns das Thema Erdgas und seine Verfügbarkeit seit über einem Jahr im Krisenmodus beschäftigt, ist es am Weltmarkt und vor allem in den USA immer noch spottbillig. Bei einem wiederverwendbaren System, wo einmal die Hauptkosten auf den Treibstoff entfallen sollen, ein nicht zu unterschätzender Faktor. Wenn es jemanden ernst wäre mit der CO2-Neutralität, würde sich Methan auch relativ einfach durch Biogas ersetzen lassen. Wenn dich das Thema mehr interessiert, schau mal in das Video, was ich mit Eneas gemacht habe über das Gedankenexperiment Bio-Starship. Für Elon Musk und seine Vision vom Linienverkehr zwischen Erde und Mars jedoch viel wichtiger. Methan lässt sich theoretisch auch mit dem Sabbatierprozess auf dem Mars synthetisieren. Dazu kommt noch eine Episode, versprochen. Wie gut Propan tatsächlich ist, das habe ich letztendlich erst bei meiner Recherche zu dieser Episode gelernt. Jetzt verstehe ich auch, warum das deutsche Raketen-Startup Isar Aerospace auf Propan setzt. Wir waren bei Isar Aerospace. Meine Videos über Isar und ihre Propan-Rakete, die verlinke ich euch unten in der Beschreibung. Meine Reisen und Berichterstattungen von vor Ort wären nicht möglich ohne den monatlichen Beitrag der Schutzengel. Daher geht ihr wieder ein riesengroßes Dankeschön an alle, die senkrecht statuertig ihre Spenden monetär unterstützen. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde es Senkrecht-Starter nicht mehr geben. Wenn auch du aktiv helfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, da findest du unter dem Video einen Link zur Senkrecht-Starter-Kanal-Mitgliedschaft oder dem Senkrecht-Starter-Patreon. An dieser Stelle geht ein fettes Dankeschön an Ineas für die Hilfe beim Skript und natürlich an Chris für die 3D-Modellierung, die dieses doch sehr theoretische Video viel anschaulicher gemacht hat. Wenn ihr schon immer mal ein Gefühl für die Größe des gesamten Starships oder der gesamten Starship-Rakete bekommen wolltet, Thomas hat das Modell von Chris für die virtuelle Realität bzw. AR, also Augmented Reality vereinfacht. Wenn ihr ein Apple-Gerät habt, könnt ihr einfach den QR-Code scannen hier und das Starship in Originalgröße in euren Garten stellen. Mit Zoom-Fingergeste könnt ihr das auch auf 1% verkleinern und so auf euren Schreibtisch stellen. Wenn euch das Thema Augmented Reality und Starship mehr interessiert, schaut mal auf dem YouTube-Kanal von Gerd vorbei. Den verlinke ich euch in der Beschreibung. Da gibt es dann auch eine AR-Vision mit den unterschiedlichen Treibstoffvarianten. Egal ob mit Methan oder Propan, ich kann es ja kaum erwarten, dass wir die nächsten großen Sprünge da draußen unternehmen, unseren persönlichen Apollo-Moment. Wenn ihr das genauso seht, liked nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, immer schön senkrecht bleiben. Euer Mo.